hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier der karte von thüringen version 3.1 0.1 ja feld 12 nun dünn fertig jetzt fahre ich mal den dünnerschreiber zum hoch zurück man muss doch durchs feld fahren teilweise aber das geht trotzdem wir haben pflegepreis von daher ist es nicht ganz dramatisch optimal ist natürlich nicht also immer am rande aber das geht den stellen wir jetzt genau dahin wo die an arbeit stehen für kalk und dann hole ich gleich mal der nächste ist fertig den mache ich mal gleich der ist auf feld nur 47 so c entlassen der hat noch was drinne da werden wir brauchen hier ist die beerenplantage glaube ich oder flauen so ja das ist jetzt gedüngt man muss jetzt genau bei gas gegen die zeit natürlich daran vielleicht kann ich hier auch mal sehen auf 48 kann ich probieren von den 12er traktor da kann man da hinfahren wachstum ist ja durch und muss daher auch gewachsen sein muss man auch geben kann da man möglichst viele silage kriegen meist gerade auch gutes geld ja für die fünf wahnsinn weiter irgendwie habe ich getrödelt erst kam nicht aus dem knick und dann naja war ich zu dunkel dann wollte attacke nicht so funktionieren wie ich da wollte übrigens auch deaktiviert zur zeit hat auch kein zweck dafür kannst du bei bei der marsch besser laufen wenn das mal einläuft einlaufen ist gut immer richtig so läuft dann geht es aber erst mal nicht passen die umstände draußen ist jetzt auch langsam dunkler als sonne vor einschienen war das mit dem licht nicht gut jetzt habe ich halt meine arbeit lampen aktiviert die standen bei mir schon immer rum hatte ich mal hier viel mal gekauft und dann hatte ich mal keinen platz gefunden dafür hinscheln könnte und tischhöhe war anführungszeichen blöd weil das immer geblendet ins ins gesicht in die augen vor allem ins gesicht dass ich nicht gucken konnte oder halt naja nicht schlecht also ihr wisst ja wie es wenn da waren das nicht von vorne kommt das ist dann stören und dann musstet ihr auch wegen meiner grünen wand entsprechend auch zu 45 grad anleuchten dort habe ich jetzt durch eine eingebung durch ein einfall geschafft und da wo man monitor rahmen ist da sind noch zwei ständer da oben die fläche wo die dann gut liegen können hier kurs kurs generierung gefällt nummer 48 und das muss er heute noch schaffen das ist ein schönes feld wir waren hier schön weil ich runter zurück soll hier wird zurückkommen das wäre ganz oben links so dann kann er loslegen im politik ist 47 na guten ein streifen war da nicht immer wo das war schon vorher nicht gemacht worden so wie soll ich das hier nicht zu sehen jetzt verstehe es eine euro scherter mit kursblech und hier gucken nur hier macht er nicht es ist auch optisch nicht zu sehen da muss man wachsen das ist komisch aber dann in zwölf gemacht die zwölf war auch gemacht ja das ist schon sehr sehr merkwürdig wo ist ein unser mist fahrer da kommt der plaktäter natürlich das förderband wäre so ungünstig ist das problem wenn man ein förderband einfach so hinstellt oder hin stelle hin fährt kann man sagen und dann anhänger dann nicht passt ich habe hier versucht bitten mit dem radlader zu arbeiten hat nicht so funktioniert nicht dazu sagen das ist problem weil er sich immer den mist oder mehr wird hier mit der musik mit ein verlassen anhänger tauschen größerer nehmen dass er mehr fährt dann geht auch mal weg so mit meistern und machen ja ist halt so ne im Grunde kann man noch hoffen dass trocken bleibt dass man demnächst mal was anderes machen kann naja Heu machen geht sowieso nicht sonst sehe ich hier so schwarz weil hier immer so viel Regen fällt aber das sind die bei der Ernte näher das Problem haben ne das soll ja auch nicht sein wenn wir ja mal schade verschenken würden ja hier soll mal das Silo vollgemacht werden der Fahrradler ist schon da da drüben sind die anderen Fahrzeuge bereit für die Ernte so wir gehen mal gucken wo wir hinfahren müssen und zwar ich gucke hier nach rechts so klapp mal aus natürlich brauchen wir einen Helfer aber wir würden ja gar nichts zurecht finden hier du wirst hier über eine Karte gucken das ist natürlich mal unwinzig und wir gucken mal was ich Kontrolle machen ne er blüht immer ja da wird dunkel ja ja das ist ja nicht optimal aber immerhin ne ein Streifen haben wir nicht gemacht ja das andere nicht geht liegt vielleicht daran dass es vor dass er noch ein Tag braucht zum Wachsen gut Getreide ist noch lange nicht reif es wird dauern wir brauchen ein zweites Fahrzeug und zwar für für den Mist fahren und wird das nichts aber nehmen wir einen anderen Anhänger aber nehmen wir einen anderen Anhänger die sind mit Förderband die wird man jetzt einen nehmen und weiter hinten so obwohl das ja ein Mist äh unrealistisch ist ne das ist ja das ist ja lasse ich zwei fahren die fahren sie über den Haufen der sieht optisch besser aus wir nehmen halt die Farbe Braun vermisst der kann alleine weiter arbeiten ne das ist ja nicht das Problem wir müssen mal schauen wegen Traktor wegen Traktor wir haben ja hier ein Glas ne am 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 genau drüben den können wir übernehmen große Anhänger große Leistung und dann kann er den Kurs übernehmen da kommen die kleinen Anhänger wegnehmen die könnten wir auch was rein fahren im Lager mit äh Dünger und so so dann haben wir das Richtung Hof 3 fahren jetzt hat ihr alle schönen Traktoren in der Halle reingebracht für die Grasernte und mittlerweile sind die alle wieder im Beschlag mehr oder weniger alles in Vorbereitung für das nächste große Ereignis äh Getreideernte äh auf vier Felder mit äh drei Drescher und sechs Abfahrer also für jeden Tag gehen Drescher zwei Abfahrer ja nicht da auf ein Feld aber halt so aufgeteilt dass aktuell ein auf ein kleiner ist Kleinfeld und zwar äh 37 und später kommt das aber 16 49er und zu ein Feld war noch Sonnenblumen Sonnenblumen Raps nö da oben ach ne das ist ja fertig da muss ich noch ein Feld kaufen haha waren nur drei Felder das ist halt so ne ne vier sind schon aber halt so eine Feld ist zu groß aber da muss man sehen vielleicht habe ich noch ein Feld dazu bisschen Geld haben wir ja noch und wir werden bald Geld verdienen BGH wird nicht mehr Geld bringen betreiben wir nur zwei Stück auch wenn er nicht immer voll ist aber ab und zu mal da schon mal einen Ball reinwerfen ne das sollte eigentlich morgen wieder wachsen normalerweise wenn ich mich richtig erinnere auf zum also ob das klappt mit dem hier ne mit dem Nist fahren ne dann nehmen wir den anderen mal weg und zur Not können wir auch zwei fahren lassen probier den Rolls 14 Uhr 14 im Spiel haha die erste Zeit wäre ja äh bei mir wird es jetzt oben rechts kann man sehen 17 Uhr gleich ja also Thüringen schafft den Rechner kann man sagen kommt aber auch hinzu dem Autonahprogramm ne das arbeitet ja auch noch entsprechend und laut Temperaturen zeigen 80 Grad 83 oder Lüfter relativ leise wahrscheinlich ist das eine Temperatur in der man gut umgehen kann ich berechne dann soll man 20 bis 20 bis 20 Lüfter besorgen zum einbauen dem passen noch rein irgendwie oben zwei Stück mal schauen so mal schauen weil Gelegenheit dann mache so Hauptsache da passt auch durch durch die äh naja Joby ist fertig dann gut das Maisfeld ist nur gedüngt das ist gut ich habe sie mir gekauft und hergefahren das war im guten ich habe den hänger vergessen das kommt von der inneren sicht der hänger ist aber am händler aber schnell zurück gut dann machen wir nächste woche den mist wird ja heute nichts mehr oder knapp probieren noch mal sehen das haben wir noch immerhin junge junge reich für den urlaub und das jahr ist ja gerade begonnen naja morgen kann ich ausschlafen extra so gemacht heute noch letzten einkauf das habe ich 14 tage in also brauche ich nächste woche nicht einkaufen fahren und erst in genau 14 tagen donnerstag oder freier zunächst in die frühzeit habe mein ging schickler war ja nur schlusskrank zwei tage sollte er nächste woche auch krank sein dann werde ich für aufschlusskrank frühsticht haben und dann werde ich wahrscheinlich länger machen müssen muss ich mal schauen dass wir in drei tagen mal länger machen dienstag mit wochen bonnestag montag naja gut das kann passieren man sieht man sehen ob freitag der telefon klingelt mit der sms dann weiß ich bescheid im ganzen kann ich unter früh ausschlafen also ich am liebsten mache ne ausschlafen montag ausschlafen und freitag früh feierabend das wäre der idealfall auch wenn das immer spät früh wäre es ist zwar auch hart aber für frühjahr feierabend das ist ja eigentlich nicht erlaubt von der arbeitszeit her müsst ihr ein frühjahr feierabend machen aber das mache ich dann auch nicht jetzt habe ich so einen zeitverlust stundenmäßig wo ich nächste woche überstunden machen kann dann macht es richtig dann fange ich stunde früher an und macht 14 uhr feierabend und hat man die zwei stunden drinne plus eine stunde zuschlag weil ich früh um vier begonnen habe das lohnt sich dann dann mache ich aus sechs mache ich dann neun weil ich freitag noch eine stunde anhänge in der stunde oder früher mache anfangen sind auch auf zehn das ist alles für z a aber wie gesagt durch die zuschläge macht jetzt schon bemerkbar hohenlohnzettel haben die kreuz geschnitten die verkehrs aufschallt da ist unser missfahrer nicht ganz so groß für die anderen fahrzeuge aber ich denke mal das genau die richtige größe sein und wenn die anders würden dann auch noch umdisponieren so 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 wo wunders angehängt so jetzt geht noch fix zurück ja das schaffen wir noch blocking mist genau ist verstehe ich nicht wahrscheinlich ist der fördermann wieder so ungünstig von der position her dass es einfach nicht weiter arbeitet so kann ich mir das jetzt vor auf geht's gas gegen gas denn den miss kann man gut verarbeiten der bg hat das ist die ausgelastet also und wir haben die lageballen auch nicht und so da geht man einiges ein das ist doch gar nicht spät wenn so ein warm essen würde mittag mäßig so ähnlich oder abendbrot dann wäre es ganz aus also dann wäre ich hundermüde das würde ich jetzt nicht aber ich mache das gerne mal zu sagen also das ganze macht mir spaß wenn ich vielleicht ein bisschen übernommen habe kettler im kopf kann sein dass es halt die sieben folgen die auch noch arbeit machen ist ja halt so und das könnte sein dass es dadurch ein bisschen zu viel wird aber aber das macht mir auch recht spaß ist mal eine andere weise zu spielen aber ich möchte aber auch hier keine karten aufgehen mit thüringen karte oder die die marke ist das ist so was man erst mal fertig machen möchte wenn was fertig ist also ich sag mal so wenn ich alle fällt mir alle felder gehören büro denn theoretisch was ja noch sehr 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 weit weg ist ja dann hast du auch die produktion und das schaffst du nicht schaffst nicht alle produktionen das kannst du ganz allein nicht schaffen wenn man darf nicht vergessen wenn man es genau nehmen würde würde jetzt theoretische ls 21 und da sein so würde er dann theoretisch heißen und sollte einer in diesem jahr rauskommen ein ls neu dann wäre das ja 22 versionen und da hätten wir jetzt schon nicht mehr also wir werden jetzt nicht mehr in thüringen wenn jetzt theoretisch auf der standard karte wahrscheinlich ja beide karten sind neu und ich weiß die europa karte ist neu und die was garantiert kommen wird dass die allen grad die aus die lc gekommen ist für die ganzen pöttinger geräten die wird wahrscheinlich zur ls 22 auch noch da sein wenn das wenn sie nicht komplett auch wieder mit zwei karten arbeiten werden ich weiß es aber nicht ist keine ahnung ich spekuliere nur oft haben sie es so gemacht dass die letzte karte hier als die lc raus kam dann auch entsprechend auch als neue version genommen haben also okay So, muss ich mal gucken, was wir höher kriegen. Das geht links-rechts. So, so. Ja, das geht nicht höher. Das ist nur, weil die Räder wieder unten gefallen sind, ne? So, schicken wir nicht los, den Burschen. Oder sie. Alt Null. Weil, warum macht er das dann so? Mit Mausklick. Weiß ich auch nicht. Da ist ja gleich voll, ne? Dann fährt er los. Dann geht los. Ohnsee 24. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, ich sag mal schon, danke fürs Reinschauen. Tschüss. Ciao. Tja, morgen geht es hier weiter. Und? Mit Mist. Ja, genau. Das wollte ich noch sehen. Ob das passt. Schwierig. Ja, dann tschüss. Tschau. Winke, winke. Sag mal so, ne? Bis morgen. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Tschüss.